Zinsen auf Rekordtief. Immobilienpreise, die durch die Decke gehen. Da könnt ihr doch schnell auf die Idee kommen, dass eine vermietete Immobilie eine gute Geldanlage ist. Ist doch bequem, oder? Den Mieter den Kredit abzahlen lassen. Dass die Sache aber wie so oft nicht ganz so einfach ist, das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ich bin Saidi von Finanztip, viel Spaß dabei. Da die Sache ziemlich komplex ist, haben wir sie auf zwei Videos aufgeteilt. Im ersten Teil gehen wir mal an die Frage ran, wie ihr am besten darüber nachdenkt, ob sich eine Immobilie als Kapitalanlage überhaupt lohnt. Welche Faktoren da alles eine Rolle spielen. Und im zweiten Teil schauen wir uns verschiedene Szenarien an. Wenn sich zum Beispiel der Wert der Immobilie anders entwickelt, oder die Mieten anders entwickeln, oder das Zinsniveau anders ist. Lohnt sich dann der Immobilienkauf überhaupt noch? Am Anfang steht das Ausgangsszenario. Ihr habt ein Eigenkapital von, sagen wir, 40.000 Euro. Was macht ihr jetzt damit? Entweder ihr kauft eine Immobilie zur Vermietung und nehmt dafür einen Kredit auf. Oder aber ihr legt das Geld an, nach dem Finanzprinzip. Das heißt, aufgeteilt in Tagesgeld, Festgeld und schwerpunktmäßig in ETFs. Und die Frage, die wir immer beantworten, ist, was lohnt sich eigentlich mehr? Die Vermietung oder die Geldanlage in ETFs? Dazu vergleichen wir immer das Vermögen des Vermieters mit dem des ETF-Anlegers. Und beim Vermögen des Vermieters, da betrachten wir natürlich inklusive den Teil der Immobilie, der ihm schon gehört, den er also vom Kredit schon abbezahlt hat, der also nicht mehr der Bank gehört. Ist also ein ganz ähnlicher Vermögensvergleich zwischen Vermieter und Anleger, wie wir es schon in unseren Videos zu kaufen oder mieten gemacht haben, wer die schon kennt. Tasten wir uns mal ran, was auf Seiten des Vermieters so alles zu bedenken ist. Wir nehmen an, dass ihr für 200.000 Euro eine 60 Quadratmeter Eigentumswohnung kauft. Damit ihr das einschätzen könnt, wir gehen von so einer circa 20 Jahre alten Wohnung aus. Und zwar irgendwo in Westdeutschland, in einer kleinen bis mittelgroßen Stadt. Also nicht von einem der völlig überteuerten Ballungsräume, wie Frankfurt oder München. Aber auch nicht von einer strukturschwachen ländlichen Region. Bei einer Immobilie, da fallen am Anfang natürlich jede Menge Nebenkosten an. Also Grunderwerbsteuer zum Beispiel, Notar und so weiter. Je nach Bundesland sind das 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises. Hier nehmen wir 12 Prozent an, 24.000 Euro. Ein typischer Wert für Nordrhein-Westfalen. Von euren 40.000 Euro Eigenkapital bleiben dann nur noch 16.000 Euro übrig, die ihr in die Immobilie stecken könnt. Heißt, ihr müsst einen Kredit über 184.000 Euro aufnehmen. Das sind mehr als 90 Prozent des Immobilienwertes. Und das wiederum bedeutet, dass ihr nicht die super günstigen Schaufensterzinsen bekommt, mit denen überall geworben wird. Aber immerhin noch ganz gute 1,5 Prozent pro Jahr. Und die sind festgelegt auf 15 Jahre. Wir gehen davon aus, dass es bei den 1,5 Prozent nicht langfristig bleibt, sondern dass das allgemeine Zinsniveau mal wieder steigt. Nach 15 Jahren, nach Ende eurer Zinsbindung, dann auf 2,5 Prozent pro Jahr und nach weiteren 10 Jahren auf 3 Prozent pro Jahr. Wir kommen dann auf eine Kreditrate von 537 Euro im Monat. Da stecken anfangs nur 2 Prozent Tilgung drin. Und wir nehmen auch keinerlei Sondertilgung an. Da wird der eine oder andere von euch vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Saidi, da wird man ja nie fertig mit dem Kredit. Stimmt. Nach 20 Jahren zum Beispiel ist da immer noch 100.000 Euro Restschuld auf dem Kredit. Also nur die Hälfte abbezahlt. Aber bei einer vermieteten Immobilie ist das nicht so schlimm. Denn im Gegensatz zum Eigenheim laufen da ja dauernd die Mieteinnahmen rein. Mehr dazu zeige ich euch im zweiten Video dieser kleinen Serie. Jetzt kommen wir zur Miete. Wir nehmen 10 Euro pro Quadratmeter als Kaltmiete an. Also nicht gerade günstig, aber auch nicht völlig überteuert in unserem Szenario. Macht dann 600 Euro Kaltmiete pro Monat. Und das ist ja sogar mehr als die 537 Euro, die ihr als Rate an die Bank bezahlen müsst. Und an der Stelle ein gefundenes Fressen für diverse Makler oder Verkäufer, die euch die Sache schmackhaft machen wollen. Denn ihr merkt ja dann den Kredit gar nicht in eurem Monatsbudget. Und der Mieter zahlt schön den Kredit ab. Geritzt, oder? Bei den Mieteinnahmen, da kommt aber schon der erste Faktor, den ihr als Vermieter berücksichtigen müsst. Leerstand. Irgendwann zieht ein Mieter auch mal aus. Und dann muss man einen neuen suchen. Und ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass ihr gleich einen neuen findet. Und vielleicht muss nach langen Jahren mal was an der Wohnung gemacht werden, sodass die dann ein paar Wochen oder sogar Monate leer steht. Und vielleicht müsst ihr einen Makler bezahlen, der für euch einen neuen Mieter sucht. All das deutet schon an, eine Immobilie ist eben alles andere als pflegeleicht. Um eine Immobilie, da müsst ihr euch kümmern. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass ihr es gleich mit so etwas Extremes zu tun habt wie Mietnomaden. Aber wir rechnen mit einem Leerstandsrisiko von 5%. Bedeutet, dass auf 10 Jahre gesehen die Wohnung mal ein paar Monate leer steht. Mit allen Kosten, die dabei anfallen. Das heißt, dass ihr effektiv nicht 10 Euro pro Quadratmeter einnehmt, sondern nur 9,50 Euro. Macht dann effektiv eine Kaltmiete von 570 Euro im Monat nur. Wer das schon kennt, ihr teilt den Kaufpreis durch die effektive Jahreskaltmiete, also die 570 Euro mal 12. Da kommt dann raus ein Faktor von guten 29. Das ist ein Hinweis darauf, dass ihr nicht gerade günstig eingekauft habt, aber jetzt auch nicht völlig überteuert. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum ihr nicht einfach nur die Kaltmiete mit der Kreditrate vergleichen könnt, ist das Thema Instandhaltung. Das heißt, ihr müsst Rücklagen bilden, um zum Beispiel Reparaturen durchführen zu können, wenn Mieter mal auszielt und da was hinterlässt. Aber auch für die größeren Sachen, zum Beispiel eine Überholung der Heizung oder energetische Sanierung. Da haben wir euch schon gezeigt in unseren vorherigen Videos, dass ihr pauschal 1,50 Euro pro Quadratmeter annehmen könnt. Und das soll auch jedes Jahr ein bisschen steigen, wegen steigenden Handwerkerkosten zum Beispiel. In unserem Beispiel sind das dann 90 Euro pro Monat. Und die stecken zum großen Teil auch schon im Hausgeld drin. Als Vermieter könnt ihr viele Nebenkosten, wie zum Beispiel die Müllabfuhr oder Versicherungen, auf den Mieter umwälzen. Und deshalb spielen die in unserem Vergleich keine Rolle. Aber es gibt auch Verwaltungskosten, die könnt ihr nicht auf den Mieter umlegen. Die haben wir mal pauschal mit 50 Euro pro Monat angesetzt. Bevor wir jetzt gleich das Vermögen des Vermieters mit dem des ETF-Anlegers vergleichen, müsst ihr noch eine Sache verstehen, wie das bei vermieteten Immobilien läuft. Nämlich das mit den Steuern. Zunächst mal ist es natürlich so, dass ihr die Mieteinnahmen versteuern müsst. Das ist noch relativ klar. Aber Gott sei Dank müsst ihr nicht die volle Kaltmiete versteuern, sondern könnt davon Investitionen und Kosten, die mit der Immobilie verbunden sind, von der Steuer absetzen. Bedeutet, ihr nehmt die Kaltmiete und zieht folgendes davon ab. Die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten, die ihr nicht auf den Mieter umlegen könnt, die Zinsen, die in der Kreditrate drinstecken, aber nicht die Tilgung und die Abschreibung auf das Gebäude. Das läuft folgendermaßen. Ihr nehmt den Anteil, den die Wohnung im Kaufpreis hat. Also zieht das Grundstück ab. In unserem Beispiel sind das 125.000 Euro, weil 75.000 Euro auf das Grundstück entfallen. Und darauf könnt ihr 2% pro Jahr über 50 Jahre abschreiben. Wir nehmen an, dass ihr die Miete regelmäßig erhöhen könnt. Und zwar im Durchschnitt um 1% pro Jahr. Und dann ist es so, dass ihr am Anfang was von der Steuer rausbekommt. Aber das ändert sich nach 5 Jahren bereits. Und zwar deshalb, weil ihr ja immer weniger Zinsen bezahlt. Weil der Zinsanteil in eurem Kredit immer geringer wird. Und das heißt, nach 5 Jahren, dann müsst ihr Steuern nachzahlen. Und zwar bis zum ganzen Ende der Laufzeit von 40 Jahren. So, jetzt vergleichen wir mal Vermieter mit ETF-Anleger. Links seht ihr die ganzen Faktoren, die ich euch bereits genannt habe. Jetzt kommen noch zwei weitere hinzu. Ganz wichtig, auf Seiten des Vermieters die Wertentwicklung der Immobilie. Wir gehen in unserem Basisszenario mal davon aus, dass ihr ein solides Objekt in einer soliden Lage gekauft habt. Und deshalb eine Wertsteigerung langfristig von 1% pro Jahr erzielt. Das ist also so ein durchschnittlicher Wert, aber jetzt auch keine enorme Preissteigerung, wie sie in deutschen Großstädten in den letzten Jahren üblich war. Aber auch kein Preisverfall. Also kein Einbruch über die nächsten Jahrzehnte. Ja, Jahrzehnte. Denn wir reden ja hier gleich über 40 Jahre. Auf der anderen Seite hat der ETF-Anleger ja ebenfalls ein Kapital von 40.000 Euro. Und darauf nehmen wir langfristig erstmal eine Rendite von 5% pro Jahr an. Das liegt daran, dass er zum einen ja nicht sein ganzes Geld in ETF stecken soll, sondern einen gewissen Anteil in Tagesgeld und Festgeld. Und außerdem nehmen wir an, dass sich sein ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, nicht langfristig durchschnittlich mit 7%, wie das in der Vergangenheit beim MSCI World der Fall war, entwickelt, sondern ein bisschen unterdurchschnittlich. Und außerdem wird er nach einiger Zeit, nach 30 Jahren, wenn er dann alt ist, sukzessive aus ETFs rausgehen und stärker in Tagesgeld und Festgeld. Und deshalb nehmen wir später dann geringere Renditen an. Jetzt schauen wir uns das insgesamt mal an. An den beiden Kurven könnt ihr jeweils das Vermögen des Vermieters und des ETF-Anlegers sehen. Und man sieht, die ersten Jahre ist der Anleger im Vorteil, weil der Vermieter ganz genau wie beim Thema Wohneigentum die Kaufnebenkosten in Höhe von 24.000 Euro erst einmal verdauen muss. Die muss er erstmal wieder reinholen. Und daran sieht man natürlich auch, eine vermietete Immobilie, genau wie beim Wohneigentum, ist eine langfristige Angelegenheit. So schnell mal wieder verkaufen, das ist keine gute Idee. Abgesehen davon, dass beim Verkauf ja auch noch Steuern anfallen. Nach etwa neun Jahren kehrt sich das Verhältnis aber langsam um. Sowohl die Tatsache, dass sich die Immobilie ja positiv im Wert entwickelt, als auch, dass die Restschuld immer kleiner wird und ihr dadurch als Vermieter immer weniger Zinsen und immer mehr tilgen könnt, das arbeitet alles für den Vermieter. Interessant ist auch zu sehen, dass nach 15 Jahren in unserem Szenario der Zinsjahr von 1,5 auf 2,5 Prozent springt. Aber im Verlauf merkt ihr das fast gar nicht. Wir betrachten hier ja 40 Jahre, also durchaus bis ins hohe Alter hinein. Wir gehen davon aus, dass der Vermieter seine Eigentumswohnung nie verkauft, sondern mit seinen Rücklagen immer schön instand hält und dann im Alter mit den Mieteinnahmen seine Rente aufbessert. Genauso wie der ETF-Anleger aus Gewinnen und Zinsen seine Altersvorsorge bestreitet. Natürlich könnte man auch sich überlegen, dass der Vermieter irgendwann seine Wohnung verkauft und dann das Kapital eben selber anlegt. Aber das haben wir hier nicht betrachtet. Insgesamt seht ihr, dass der Vermieter einen Vorsprung herausarbeitet, weil er ein gutes Objekt gekauft hat und relativ stabile Mieteinnahmen erzielt. Am Ende stehen für ihn 288.000 Euro Vermögen inklusive Immobilie zu Buche versus 236.000 Euro beim ETF-Anleger. Also circa 22 Prozent Vorsprung für den Vermieter. Nach 40 Jahren ist die Immobilie übrigens so gut wie abgezahlt. Zu unserer Berechnung müsst ihr noch Folgendes verstehen. Zum einen ist es so, dass der Vermieter dadurch, dass er Rücklagen für die Instandhaltung bilden muss und Steuernachzahlen muss, eine laufende Unterdeckung hat. Das heißt, die Mieteinnahmen, die reichen nicht zur Deckung seiner Kosten aus. Zum Beispiel muss er in den ersten Jahren immer über 1000 Euro noch zusätzliche reinbuttern in die Immobilie. Wir gehen davon aus, dass er das aus seinem laufenden Einkommen bestreitet. Und diese Unterdeckung, das dauernde zusätzliche reinbuttern in die Immobilie, das hört auch nie auf, weil die Immobilie nämlich immer älter wird und dadurch immer mehr Instandhaltung benötigt. Was wir auch berücksichtigt haben, weil wir berechnet haben, dass die Instandhaltungskosten mit 1 Prozent pro Jahr ja ansteigen. Andererseits wäre es jetzt aber auch völlig übertrieben zu sagen, dass sich die Immobilie nicht lohnt. Nur weil der Vermieter mehr reinstecken muss, als was er an Mieteinnahmen bekommt. Denn wie wir ja gesehen haben, wächst sein Vermögen ja. Und zwar auch ganz ordentlich. Im Alter muss er immer noch so 500 bis 600 Euro pro Jahr reinstecken. Wenn er das nicht mehr kann, hat er immer die Option, die vermietete Immobilie dann zu verkaufen. Jetzt müssen wir dieses zusätzliche reinbuttern, aber auf Seiten des ETF-Anlegers ebenfalls berücksichtigen. Wir gehen einfach davon aus, dass er einen ETF-Sparplan hat. Und dieser ETF-Sparplan ist genauso hoch, wie das, was der Vermieter zusätzlich in seine Immobilie reinsteckt. So haben wir Vermieter und ETF-Anleger fair vergleichbar gemacht. Jetzt an der Stelle ganz wichtig. Nehmt bitte nicht mit, dass ihr sagt, Saidi hat vorgerechnet, eine vermietete Immobilie, die rechnet sich. Und zwar immer. In dem Szenario, da ist es für die Immobilie halt ganz gut gelaufen. Und der Vorsprung vor dem ETF-Anleger, der war jetzt auch nicht gewaltig. Und dafür, da nehmt ihr auch den ganzen Stress mit deiner Immobilie auf euch. Also Mieter, die sich beschweren, dass irgendwas kaputt ist. Mieter, die ausziehen. Eigentümerversammlungen im Mehrfamilienhaus. Die Nebenkostenabrechnung und die Steuererklärung, die ihr machen müsst. Da ist ein ETF-Depot doch deutlich pflegeleichter. Der Punkt ist, es muss eben nicht immer so positiv laufen, wie in dem Szenario, das wir euch gerade gezeigt haben. Da stellen sich dann folgende Fragen. Was ist, wenn der Wert der Immobilie sich eben nicht positiv entwickelt? Oder wenn die Instandhaltungskosten wesentlich höher liegen, weil an dem Altbau irgendwas ist? Und von welchen Faktoren hängt der Erfolg noch ab? Guckt euch dazu unbedingt unser nächstes Video, Teil 2 unserer kleinen Serie zur Immobilie als Kapitalanlage an. Bis dahin!